Chrissi, möchtest du das tun, was du immer am liebsten tust, wenn wir Welcome to the Game spielen? Ich werde das Spiel gleich richtig laut machen. Was ist der Red Room und warum suchen wir ihn? Das sind die Fragen, die wir uns bei Welcome to the Game stellen. Dabei stellen wir fest, dass das Deep Web ein gefährliches Gewässer ist. Das Spiel von Rifflight Studios ist ein kleines Horror-Puzzle-Spiel. Wir schlüpfen die Rolle eines Namenlosen, der auf der Suche nach dem Red Room ist. Um diesen zu finden, müssen wir acht Codes finden, die auf unterschiedlichen Websites versteckt sind. Das Gameplay des Spiels ist sehr simpel. Wir klicken uns von Seite zu Seite, untersuchen sie und schreiben uns. Chrissi, wie lange ist dieser Text? Die Bilder sind teilweise echt großartig. Ich wollte doch nicht so detailliert sagen. Die Prognung, in der man sich verbindet, ist nur zweckdienlich animiert, was aber nicht schlimm ist, da das Spiel auch ohne Auf... Es ist ein schöner Titel für zwischendurch, der wirklich fesseln kann. Was hast du da durchgelesen, Wikipedia? Du wolltest dir das Spiel erklären. Aber doch nicht so lange, ich wollte nur ganz kurz in ein, zwei setzen. Das hast du mir nicht gesagt. Phoenix sagt, wie war nochmal der Anfang? Ähm... Nein, 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 Chrissi, bitte. Bitte nicht noch... Was ist der Red Room und warum suchen wir ihn? Chrissi, bitte. Nächstes Mal mit Google vorlesen. Nein, 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 nein. Okay. Okay, Leute. Ich werde wieder den Twitch-Modus aktivieren, ne? Das heißt, ihr könnt wieder mitentscheiden, was im Spiel passiert. Äh... Ihr seht dann im Chat einfach, was ihr machen müsst und dann könnt ihr einfach mit interagieren. Hoch. Und warum suchen wir ihn? Nein! Das sind die Fragen, die wir uns bei Welcome to the Game stellen. Dabei stellen wir fest, dass das die Game ein gefährliches Gewässer ist. Das Spiel von Reflekt... Okay. Also, hier sind die Notizen, die wir haben. Hier ist das Deep Web. Und achtet hier oben auf den Pfeil. Falls hier ein Pfeil auftaucht, ne? Dann schreibt Pfeil in den Chat. Würde ich sagen, wir machen direkt am Anfang diese Seite hier mit dem Rätsel, weil die immer am nervigsten ist. Und zwar müssen wir die Reihenfolge finden. Und es kann sein, dass der Bot irgendwann im Laufe des Spiels gleich anfängt, euch die Möglichkeit zu geben, ne? Das hier entscheiden könnte, dass irgendwas passiert. Okay. Und links. Okay. Links. Und links. Mitte. Und falsch. Ist das einfach ein Trial and Error Rätsel? Wenn ich einmal vorlesen darf, was ich eben erklärt habe. Das waren halt zu viele Informationen. Ja, wenn man mir zuhört, dann würde man... Aber du hast es auch sehr schnell gelesen. Vielleicht war das einfach zu viel. Achso. War der Text noch nicht lang genug? Hat er noch nicht genug Zeit eingenommen? Tut mir leid. Tut mir leid. Ich werde darauf achten, dass ich beim nächsten Mal es so langsam vorlesen werde, dass wirklich jeder das versteht. Nein, nein, nein. Alles super. Dann würde es so laufen. Was ist der Red Room? Ihr könnt entscheiden, ob ich ein Key kriege. Oh, hier ist ein Key. Or release the Kidnapper or release the Breather. Genau. Ihr könnt den... Hier. Ich habe den ersten Key gefunden. Was bedeutet das Releasen? Dass der Killer oder der Entführer kommt. Wir können das jetzt gerade im Chat entscheiden. So. Also, okay. Wir haben den ersten Key. Das ist super. Das ging sehr fix. Ich habe abgestimmt für Key. Oh, dankeschön. Key hat gewonnen. Dankeschön. Und zwar mit Abstand. 36 zu 5 zu 9. Hier ist der Key. Er hat mir den fünften Key geschenkt. Wo ist es, dass du den fünften Key trotzdem noch finden kannst? Ja, das ist schrecklich. Ich habe den Key falsch... Was? Habe ich den Key falsch eingegeben? Oh, dankeschön. Da passt jemand auf. 7.de 9. Dankeschön. Kannst du alte nicht editieren? Nee, leider nicht. Hier ist kein Key. Die Seite schließt bald, glaube ich. Ich muss mich vereinen. Hier ist auch kein Key. Oh nein! Die Seite ist zu! Wenn du übrigens stirbst, werde ich dir nochmal vorlesen. Okay. Erinnerst du mich, dass ich noch mal auf Kill for Me gehen muss? Hier ist ein Key. Das werde ich safe vergessen. Hier, ich habe ihn jetzt weiter. 4. 4. 4. 4. 3. 7. Dankeschön. Ähm... So. Okay, wir haben drei... Wir haben drei Keys. Die ist auch kein Key. Letztes Mal... Und wir werden gehackt. Okay, das kriegen wir. Bitte nicht das mit dem Schreiben. Okay, das ist okay. Das ist dein Lieblingshack, glaube ich, oder? Ja. Ja, das geht irgendwie... Das kriege ich immer hin. Du musst jetzt auch mal richtig entspannen. Ja. Oh, der Killer ruft an. Okay, wir müssen uns Uhrzeiten merken. Ich kann doch nicht rangehen. Ich kann doch nicht rangehen. Warte kurz. Okay, es ist 23.11 Uhr. Das heißt, wir haben bis 16 Zeit, dass er nochmal anruft und dann nochmal bis 21. Es ist 16.21 Uhr. Es ist 16.21 Uhr. Das müssen wir uns merken. 16.21 Uhr. Ich habe was gehört. Hast du es auch gehört? Ja, ich muss das Spiel mehr lauter machen. Es ist sehr leise gewesen. Ich muss es auch lauter machen. Okay. Es kann auch ein Bait gewesen sein. Alles gut. Oh, die Seite ist sonst immer geschlossen. Dann müssen wir schnell durch. Order. Kein Key. Okay. Und die Seite ist geschlossen. Aber dafür müsste Kill von mir jetzt, glaube ich, offen sein. Bitte, 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 bitte. Yes. Nice. Und? Kein Key. Okay. Umsonst gemacht. Ich glaube, wir können gleich auch aufs nächste Wiki. Cannabis World. Geht auch, aber noch nicht. Ich höre Geräusche. Easy Pay Buddy. Es war noch kein Fall da, oder? Ich glaube nicht. Der Stuhl hat sich verschoben. Alles gut. Alles super. Passiert ab und zu. Okay. Gehen wir jetzt aufs zweite Wiki? Freust du dich aufs Rätsel? Ich bin hyped. Hyped. Okay, machen wir das jetzt sofort. Es ist 14 nach. 16 war es, ne? Okay, machen wir das kurz. Bist du ready? Ja. Okay, ich achte auf Feili und du machst... Und warte kurz. Okay, es ist 14 nach. 19 nach. Und... 24. Müssen wir uns merken. Okay, bist du ready? Ja. eins... Ander... Das. Eins ander das Nagel. Eins ander das Nagel Wickel. Eins ander das Nagel. Wickel. Zwei unten. Eins ander das. Das, das, das. Nagel Wickel. Zwei unten. und danke schön das hast du wundervoll gemacht okay dann haben wir auch schon das tricky tricky dritte wicke ich glaube ich nicht die aufgabe zu gucken ob der fall das ist durchgehend nein ich krieg das ich hab schon verkackt ok 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 bis jetzt ist alles gut ich sehe da ist wieder was im chat ich hoffe meine tastatur ist nicht so laut wenn doch es tut mir leid oh gott ich bin so langsam gerade die fein aber ich habe noch so viel zeit also ist alles gut tcp bin 0x 0 1 zack alles perfekt kein pfeil und wie viel zeit hat der killer noch 14 bis 19 nach bis 19 24 glaube ich ich bin mir unsicher ich habe ich habe die uhrzeit schon vergessen ich sehe im chat nur white hat black hat white hat black hat okay reset und weitermachen dark book schade ich ist kein key hat gewonnen die white hat danke ich ihnen das heißt kein heck hätte jetzt heck gewonnen also hätten sie black hat genommen dann hätte der bot sich irgendwen ausgesucht aus dem chat random und er hätte mit dem hacken können also die können sich entscheiden was für ein heck ich bekomme warte kurz okay es ist 18 nach 18 nach merken uns 18 nach die können die können entscheiden was für ein heck ich kriege und die können entscheiden wie schwer es wird und dann steht da oben so deren name und wenn ich ja werden sie getime outet was passiert wenn ich den heck kann wo du schaffst oh das weiß ich gar nicht du kannst gar nicht getime outet werden oder glaube nicht hier sind key ich höre schritte aber es ist okay was denn jetzt sagen kitzel suchen ja und du bist wahrscheinlich irgendwo hier im text ne oh mein gott ernsthaft oh gott art ist doch feilie okay warum denn ich das eigentlich feilie bitte ach ich mach es einfach so wir gehen einfach durch die ganze linie ok ich hab schon geguckt oh man ich krasse diese seite ist ja schrecklich ich hab's aber wo ach und der vierte den haben wir noch nicht oder 3 ab 9 ich habe auch kein feil gesehen ich habe hingeguckt dankeschön okay alles super alles super wann hat der keller angerufen scheiße wir sterben leute wir sterben pedo handbook wir haben herausgewohnt hier kann auch ein key sein hier ist ein key aber wo 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 warte warte ah hier siehst du hier irgendwo ein key oder ist es auf dem desktop nein warte dann bin ich blind ist hier irgendwo ein key ah hier wow wie konnte ich das übersehen der dritte dritter key 70 a 3 70 a 3 hast du das geräusch gehört gerade mein licht wurde ausgemacht oh war das das random spook thing das passiert ja das kann sein nein ja okay moment moment wir kriegen das hin geschafft bitte kein feil sonst bin ich tot es ist 23 ja ich habe schon gefunden dankeschön ab jetzt sind es fünf minuten der keller kann jetzt jederzeit kommen das heißt wenn du eine tür hörst sag bescheid krisi so wenn wir aufs dritte wiki gehen ich glaube hier finden wir nichts mehr oder angst vor der tür war ein speicherzeichen ich geh sowas von zur tür und speicherzeichen ich habe gelernt heute noch so groß erzählt ist das speicherzeichen aber auch eigentlich nur nachdem er gekommen ist er war noch nicht da ich hätte es nur umgeschlagen ich glaube ich glaube auch ich sterbe gleich ich sterbe gleich sowas von wo war das speicherzeichen und rechts an sich hat er noch bis ich habe es gehört ja das sind schritte die können wir eigentlich ignorieren an sich hat er noch vier minuten zeit der keller was soll ich tun ich habe angst hier ist ein key den haben wir schon das ist der den ihr mir geschenkt habt das ist gut weil das heißt das heißt dass der geldkeeper key mit dem quiz nicht der der key ist den ihr mir geschenkt habt das ist gut ja aber dann wüssten wir nicht ich habe so angst dann wüssten wir nicht ich habe Angst dass ich die tür nicht höre wenn ich rede manchmal kann es auch sein ich habe keine ahnung ich höre was hast du das gehört er hat so gemacht hast du das echt nicht gehört habt ihr das gehört ich wusste es ok denn führer ist da der kille kann jeder sekunde jede sekunde auftauchen so schlecht aber wir hören es gute reaktions zeit dankeschön Wir müssen warten, bis er redet. Okay. Der Killer kommt hier so jede Sekunde. Ich gehe mal kurz zur Tür. Ich glaube nicht, dass dein Führer nochmal kommt. Warum flistert sie? Weil sie Angst hat, weil sie alles hören möchte. Okay, der Killer ist noch nicht da. Deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen leise. Ja. Okay, wir müssen zuhören, ob der Killer kommt. Ich kann nicht hierbleiben. Scheiße. Okay. Nein, nein. Scheiß auf den Hack. Ich kann nicht, ich kann nicht. Sonst sterbe ich. Leute, es tut mir leid, aber der Killer ist wichtiger als der Hack. Da werde ich halt gehackt. Außerdem ist der Hack viel zu laut, dann höre ich die Tür nicht. Okay, wir haben verkackt. Das ist okay. Haben wir die Notizen verloren? Nein, ich kann nicht resetten. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Er kommt. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Ich habe ihn gehört. Meine Ohren. Ich wusste es. Hast du es gehört? Es war richtig leise. Ich habe es nicht gehört. Es war nur so ein... Okay. Ich bin extra leise gewesen. Okay. Jetzt kann es ein bisschen dauern. Der Killer braucht immer ein bisschen, bis er geht. Oh, wie geht es euch so im Chat? Alles super für euch? Er geht. Okay. Wir müssen auf die Uhr gucken. Also es ist wichtig. Sehr wichtig. 30. Das können wir uns merken. 30 können wir uns merken. Der Killer war 30 da. Das heißt, wir haben jetzt noch bis 35, 40 Zeit, bis er wiederkommt. Und da müssen wir auf das Speichersymbol achten, okay? Ich höre Geräusche. Ist okay. Wir gehen nochmal kurz auf die Scream-Seite. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob hier ein Key ist. Nein, okay. Ich werde gehackt. Wer hat mich gehackt? War das einer von euch? Nein! Es war einer von euch. Du hast mich schon mal gehackt, ne? Und du hast schon mal einen Timeout bekommen. Freust du dich drauf? Element und du kriegst ein Timeout. Das heißt, sie verdient. Wieso willst du, dass ich sterbe und Notizen verliere? Es tut mir leid. Keine Sorge. Nur eine Minute. Es ist gar nichts. Huch. Wie schnell ging das mit dem... Habe ich irgendwas mit dem Modem gekriegt vom Chat? Das war auf einmal so schnell. Kann sein. Okay, wir gucken uns hier kurz durch. Die Seite ist gerade offen. Kein Key. Schade. Okay. Double Up geht, glaube ich, noch. Okay, auch nicht. Dream Place vielleicht? Auch nicht. Okay. Ich muss ganz ruhig bleiben. Hier ist ein Key. Oh, schon wieder. Schon wieder. Er hat gegrummelt. War es ein Bait? Modem haben wir gemacht. Dankeschön. War es ein Bait? Okay. 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 Der Killer hat noch zwei Minuten, beziehungsweise sieben Minuten Zeit. Okay, Entführer ist vorbei. Das ist aber gut. Das heißt, vor dem sind wir jetzt ein bisschen noch... Spooky Thing. Ich sehe, was ihr da macht. Alle schreiben Yes. Warum wollt ihr das was Großartiges? Okay, er geht. Er ist weg. Darum weiß ich, dass was Großartiges passiert. Hier ist ein Key. Aber wo? Bei den Puppen irgendwo? Ah, hier. Hier unten. Das ist der sechste Key. Oh, Leute. Wir sind schon so weit. Ich glaube, wir... Oh, Gott. Ich bin immer so nervös, wenn wir so... Wenn wir immer so am Ende sind fast und dann ist es so tot. Wie viele Keys haben wir? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Noch ein Key. Plus Gate Key. Und der Killer kommt auch noch bald. Warehouse. Hier ist kein Key. Warehouse zwei. Drei. Okay. Das ist ja hier. Das ist einfach da. Wieder kein Key. Scheiße. Okay. Bomb Maker. Hier ist auch kein Key. The Butcher. Auch kein Key. Oh, hier sind aber so viele Links, die wir anklicken können. Okay, der Killer kann ab jetzt kommen. Wir müssen hier auf ein Speichersymbol achten. Und auf Fidi natürlich, aber... Das ist so spannend. Das ist so spannend. Ich sitze hier und applaudiere dir, wenn du es schaffst. No. Okay. Kein Key, schade. Ich habe so Angst, dass keine Ahnung, wo der Killer kommt. Oh, Seitenwert schneller laden. Oh, danke schön. Oh, das ist so viel angenehmer. Oh Gott, ich... Ihr habt das gemacht, ne? Ihr habt Spooky Thing wieder genommen. Ihr liebt das, wenn ich mich erschrecke. Mein Herz. Speicherzeichen. 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 Ist er da? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Er ist nicht da. Was tun wir jetzt? Was tun wir jetzt? Ist doch gut, dass er nicht da ist. Aber das heißt... Aber... Wann kommt er dann? Das letzte Mal war er da... Dann Speicherzeichen vielleicht auch bedeuten, dass einer von beiden kommt. Bitte nicht, bitte nicht. Okay, ganz ruhig. Vielleicht hören wir die Tür. Er kommt, er kommt, er kommt. Ich habe ihn gehört. Ich wusste Speicherzeichen als Killer. Ich frage mich, was passiert, wenn du da nicht raufdrückst, wenn er da kommt. Dann kommt er reingesprungen. Das ist ein Jumpscare. Aber du sitzt ja hinter der Tür. Dann sterbe ich an der Tür. Okay, wir haben es geschafft. Ich hoffe, jetzt kommt dein Führer nicht, weil wir können jetzt nicht gucken, ob da ein Pfeil ist. Deswegen... Wir können jetzt auch sterben, wenn wir zurückgehen. Wenn nicht, dann sind wir noch ein bisschen safe. Hallo, jemand da? Körbchen voll Welpen. Halbkosy, halbkosy. Typ an der Tür, danke schön für deine Donation. Nein, ich bin nicht da und ich möchte auch kein Körbchen voller Welpen haben. Dankeschön. Okay, jetzt könnt ihr entscheiden, wie lange das mit den Kies wieder angezeigt wird oder ob es gar nicht mehr angezeigt wird. Meine Hand ist so fest auf der Maus. Meine Maus geht gleich kaputt. Ich hoffe so, dass dein Führer nicht kommt, wirklich. Kannst du bitte gehen, Killer? Bitte. Okay. Er versucht es nochmal. Puh, erstmal Daumentraining. Ist halt echt so. Die Qs sind länger. Die Qs? Ah. Ja, das ist länger. Sie ist jetzt nicht wieder. Dankeschön. Ihr seid heute auf meiner Seite. Dankeschön. Okay, jetzt müsste er doch gehen, oder? Bitte, dein Führer könnte kommen. Das wäre so gemein, wenn er jetzt auftaucht, wirklich. Eine Maus geht kaputt. Du machst das aber super. Okay, geht. Dankeschön. Okay, es ist 40, oder? Naja, doch jetzt 40. Okay, perfekt. Okay. Bitte nicht sterben. Bitte nicht. Alles gut. Alles gut. Alles super. Kein Pfeil. Okay. Leute, wir haben wieder 5 Minuten Ruhe vor dem. Members. Warte, habe ich von rechts oder von links angefangen? Ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube, wir haben links angefangen. Kontakt. Okay, kein Key. Schade. Noch ein Key. Great My Sisters funktioniert ab und zu. Kein Key. Kein Key. Schade. Es ist 3. War das gerade in-game, oder bei dir? Jetzt kriegt schon bei euch. Okay. Dieses hier. Pfeil. Pfeil, 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 Pfeil. Pfeil. Der Pfeil war auch ich. Okay. Okay, okay. Der Killer hat jetzt noch 3 Minuten Zeit. Ich weiß, Forito, der erste Key ist falsch. Also der erste fünfte. Da habe ich mich vertippt. Aber Dankeschön. Dein Führer ist weg. Wir sind wieder safe. Wir haben noch 2 Minuten safe. Whitehead zusammengekommen. Whitehead, Dankeschön. Illuminati ist es leider auch nicht. Verdammt, wir haben bald keine Seiten mehr. Prey funktioniert noch. Ich probiere gleich mal Prey. Geht nicht. Wir müssen noch warten, bis das funktioniert. Ich habe es gehört. Ich auch. Jeepsix. Krumm hin. Der Killer kann auch kommen, ne? Ja. Wir müssen noch auf die Tür achten. War da gerade was an der Tür? Ich glaube, wir sterben. Ja, ich glaube, wir sind tot. Der Entführer hat mich gebetet. Ich weiß nicht, ob ich was an der Tür gehört habe. Scheiß drauf. Du bist aus. Ich gehe einfach hin. Es war so ein ganz kleines Geräusch. Aber vielleicht war es auch bei dir. Ich weiß es nicht. Okay, es war... Ich hole noch. Oh mein Gott. Ich hätte fast doch mal geguckt und wäre gestorben. Es war wirklich die Tür. Ich dachte, es wäre bei dir gewesen. Ruchelig, sag das nicht. Nein, ich habe nur so ein kleines Queek-Geräusch gehört. Du hast dich bewegt und du hast getippt. Deswegen, es hätte auch was bei dir sein können. Ich habe getippt? Ja. Was? Du hast doch irgendwas gerade gemacht. Du hast getippt. Ach stimmt. Ich habe angegeben, dass ein random Spooky-Event passiert. Ach so. Ja. So knapp. Ja, wirklich. Ich wollte gerade drüber gucken und wäre ich gestorben. Er geht jetzt schon. Was? Oh, es ist 47. Könnt ihr euch das merken? Okay, 47. Bis 52 sind wir safe. Flame. Wann hast du nochmal gesagt, kommt der? Oh mein Gott, Leute. Warum tut ihr mir das immer wieder an? Warum tut ihr das? Mein Herz. Doch nicht bei so einer spannenden Stelle. Okay, ich habe keine Ahnung, welche Seite. Hier ist der Key. Okay, ganz ruhig. Aufs Messer klicken. Aufs Messer klicken. Ist nicht, ist nicht. Kannst du kurz auf Filey gucken, während ich suche? Ja. Okay. Ganz ruhig, ganz ruhig. Okay. Keinen Fall. Vielleicht ist der Key auch schon irgendwo da und ich sehe ihn einfach nicht, aber es ist okay. Okay, wir haben die letzte Seite. Wir dürfen jetzt nicht sterben. Oh Gott, ich zitter, ne? Okay. Hier ist nichts. Wiehe, die Seite schließt sich. Hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist nichts. Okay. Ich hätte schon, dass man aufs Messer klicken muss. Oh, oben vielleicht aufs Messer, bei The Prey. Woher, wo hast du es gelesen? Ich hätte schon geguckt, weil die Seite auf das Verstand aber nicht. Aber ich habe es schon, dass man den Code kriegt, wenn man aufs Messer klickt. Vielleicht ist es auch nur ein Bug, vielleicht ist ja gar kein Code. Bist du sicher, dass hier der Code war? Ja. Die Seite hat lange geladen, das heißt ein Code im Key ist hier. Vielleicht habe ich... Vielleicht habe ich nicht gesehen. Vielleicht habe ich... Ich traue mich nicht von der Seite runter zu gehen, weil sie sich dann schließt. Ne, würde ich auch nicht machen. Ähm. Vielleicht habe ich es auch verkackt, vielleicht ist es wirklich hier irgendwo... Seht ihr hier irgendwo im Key? Ich sehe nichts. Ich habe so Angst, dass irgendwer kommt. Wir alle sagen die Maske, alle sagen... Ruki sagt die Maske an. Ne, auch nicht die Maske. Auf dem Bild ist es nichts. Es ist meistens irgendwas Auffälliges auf einem Bild. Oder halt irgendein Wort, was irgendwie dick geschrieben ist. Oder was weiß ich. Soll ich nochmal alles durchgehen? Nein. Nein. Noch eine Minute für einen Killer haben wir. Fuck. Okay. Ah. Ah. Ist doch knapp. Okay. Das ist ja der Pech, weil es gerade die Umfrage drin ist, ob es kürzer oder länger sein soll mit dem Modus. Bitte kein Pfeil, bitte kein Pfeil, bitte kein Pfeil. Das wäre super. Obwohl, doch. Pfeil wäre super. In 2050 der... ...Klecken, komm. Okay. Ab jetzt müssen wir wieder achten auf Türgeräusch, auf Speichersymbol. Ich gehe kurz nochmal alles durch. Speichersymbol. Soll ich jetzt hingehen? Oder soll ich auf den Kreusch warten? Ich gehe hin. Ja. Nein. Ich habe... Ich höre. Ich höre. Aber scheiß, der Killer kommt. Okay, warte. Der Killer kommt. Der Killer kommt. Ich muss anmachen, auch wenn er jetzt kommt. Ich kann nicht. Ich hoffe, es war ein Bait. Ich hoffe, der Entführer kommt jetzt nicht. Wenn es ein Bait war, sind wir safe. Wenn nicht, dann sind wir jetzt tot. Ja, dann konntest du nichts dagegen tun. Dann war es jetzt richtig. Wenn die gleichzeitig kommen, kann man halt echt nichts machen. Das ist so gemein. Ich hoffe, das war einfach nur ein Bait. Ich... Oh Mann. Bitte. Okay. Leute, drückt mir die Daumen. Er ist noch da. Er geht? Okay. Leute. Wenn du jetzt stirbst, kannst du absolut nichts dafür. Seid ihr ready? Bitte sein Bait. Bitte sein Bait. Bitte nicht sterben. Oh, es war ein Bait. Okay. Alles gut. Okay. Wir gucken auf die Uhr. Es ist 55. Okay. Das heißt... Okay, was darf ich hier jetzt machen? Du kannst einmal, glaube ich... Nee. Kannst du jetzt rausgehen? Ist die Seite jetzt nicht wieder da? Um zwei, glaube ich, meint. Oder? Nee, um zwölf. Um zwölf oder um elf Uhr dreißig war das. Okay, ich versuch's. Also, es war Prey. Und? Ja. Hast du's gesehen? Ja. Hier muss ein Key sein. Aber wo? Es kann auch ein Bug sein. Wie gesagt, ich... Manche Seiten... Manche Seiten sind verbuggt. Ich... Ähm... Kann das irgendwo random auf dem Bild sein? Ich hab's. Oh mein... Ist das dein Bildschirm? Step. Step! Der siebte Key. Oh, warte. Okay, sieben. 0, 5, 7, 7. 0, 5, 7, 7. Okay, jetzt müssen wir uns die Seite raussuchen. Oh, fuck. Ich werde gehackt. Okay. Okay, Leute. Wir müssen nur noch das mit dem Quiz machen. Oh nein, das verliere ich immer. Oh, ich hab... Ich hab verkackt. Ich hab verkackt. Ich hab... Ich hab's verkackt. Ich hab verkackt. Haben wir die Notizen verloren? Wir haben alle Notizen verloren. Wir haben alle Notizen... Aber ich hab's nicht mehr aufgeschrieben. Aber trotzdem haben wir alle Notizen verloren, Leute. Okay. Das ist nicht schlimm, wenn du sie da aufgehoben hast. Ich hab die Antworten zum Quiz schon auf. Okay, Leute. Wir machen jetzt ein Quiz. Ich hab mir die ganzen Sachen... Oh, scheiße. Ich hab ein Problem, Chrissy. Ja, was? Ich muss kurz die Links wieder raussuchen. Warte kurz. Die sind auch hier. Die sind nicht... Oh mein Gott. Du hast sie uns doch auch reingeschickt, oder? Habe ich sie, weil ich glaube nicht. Ich glaube, ich hab sie nicht reingeschickt. Leute, ich glaube... Unten links. Okay, unten links. Unten links. Unten links? Ja. Nee, die Codes sind immer anders. Die Codes sind immer anders. Oh Gott. Leute, ich glaube, wir werden das nicht schaffen. So. Wir haben den ersten. Das lernst du. Nutze, schick uns. Speicher diesen Link ab. Habe ich, habe ich. Alles klar. Okay. Und jetzt müssen wir das Ler noch mal machen. Ich mach's. Knurren. Dankeschön. Wer auch immer gerade das Licht ausgemacht hat. Dankeschön. Ich wollte gerade das Licht ausmachen. Bitte kommen, Kind. Das wäre perfekt, wenn er jetzt kommt. Bitte. Der Killer kommt nämlich gleich. Tür, 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 Tür. Beeil dich. Als ob der Killer so früh kommt. Naja, er war um 54 da. Um 55 warst du erst wieder am... Okay. Oh mein Gott. Du machst das gut. Ich bin sehr stolz auf dich. Wir müssen aber gleich das mit der Musik machen. Okay. Wir werden jetzt den Killer... Wir werden innerhalb dieser fünf Minuten, in denen der Killer kommen kann, auf die dritte Seite kommen, das Quiz machen, achten, dass der Entführer nicht kommt und dann werden wir schnell die ganzen Keys eingeben und gewinnen. Okay. Klingt das leicht? Klingt das machbar? Meine... Ey, meine Hände sind so schwitzig. Soll ich draufpusten, damit sie trocknen? Oh mein Gott, ich hab einfach kurz losgelassen. Weil ich gepustet habe. Jofi? Ja. Whitehead zerbrochen. Ich hab einmal kurz losgelassen, hättest fast nicht bemerkt. Ich hab's nur bemerkt, weil er stand tot. Ich möchte nur mal sagen, ich bin der Lieblings-Mod. Beide anderen haben Blackhead drüber. Er geht. Dankeschön. Okay, er ist weg. Okay, Leute, wir müssen spyern. Bitte nicht sterben, bitte nicht sterben. Okay, alles super. Okay. Wie spät ist es? Es ist 0 Uhr 2. Ich bin bereit für die Musik. Okay, ich mach an. Ich achte auf Feini, okay? Okay. Und wir müssen noch was Grummen hören, leider. Ähm, hä? Oh mein Gott. Der wurde abgespeichert. Okay, wir können Quiz machen. Wir können Quiz machen. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Okay, Chrissy. How many people are on hidden camps? Äh, 15. 15. Das weiß ich, das weiß ich. Alles gut. Was ist das sechste Bild von Is Evil? Äh, die Frage gibt's hier nicht. What is the sixth pick? Guck einfach bei Is Evil nach irgendwo. Heart, Brain, Pick oder Knife. Aber die Frage gibt's nicht. Ich glaube, es ist heart. Brother, what is the sixth picture? Die Fragen werden manchmal anders gestellt, Chrissy. Du musst nachgucken. Also einfach so gucken. Ach so, äh. Äh, ich glaube, es war Herz. Ah, hier, what is the sixth picture? Heart. Gut, okay. Ähm, wer ist der Autor von Batsche? Es speichert. Es speichert, Chrissy. Was soll ich tun? Okay. Wir hören. Bob Arson. Okay, okay, warte. Merk, kannst du es dir kurz aufschreiben in den Chat? Ja, warte. Achter Key, 196B. Okay, wir müssen jetzt die ganzen Keys hier in der Reihenfolge reinschreiben. Kannst du mir Buchstaben, also von 1 bis 8? Okay. 1, 2, 9, 3, 0. Die 1 musst du nicht mitzählen, ne? Ah, okay, 2, 9, 3, 0. 2, 9, 3, 0. 4, 0, 3, 7. 4, 0, 3, 7. 7, 0, A, 3. 7, 0, A, 3. 3, A, B, 9. A, B, 9. 7, D, E, 9. Ich glaube, wir hatten zwei Firmware, ne? Alles gut. 5, D, 7, 0. 5, D, 7, 0. 0, 5, 7, 7. 5, 7, 7. 1, 0, 6, B. Ich hoffe, es war richtig. Und? Bitte. Oh mein Gott. Okay, soll ich entern? Was geschafft? Was steht da? Warum steht da? Okay, Yoshi Connect. Okay. 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 Wir sind im Red Room. Ich bin so stolz auf dich. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Siehst du, ich musste dabei sein. Deswegen hat es die letzte Mal hier klappt. Das stimmt. Ich bin so stolz auf dich. Ich bin so stolz auf dich. Wakey, wakey. Where am I? What is this? Welcome, ladies and gentlemen, to tonight's show, where you, the players, decide the entertainment for your twisted viewing pleasure. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich es weiter sehen will, aber was? Ich glaube, das ist... Ah, okay. Oh nee, das will ich aber doch nicht sehen. Das ist gut, weil Nadie hatte das nicht. Stimmt, bei Nadie ist sie stehen geblieben. Bei Nadie hat er einfach die Kamera gestoppt. Oh, es ist laut. Oh, es ist laut. Oh mein Gott. Leute, geht niemals in den Red Room. Wieso buffert doch die ganze Zeit so'n Scheiße? Mann, ich hab so viel Arbeit reingeschickt. Soll mal keine Glasfaser da haben, guck mal. Was? Warum machst du das mit mir? Oh nein, nein, nein. Ich mache das nicht mit dir. Das Spiel macht das mit dir. Willkommen zu dem Spiel. Oh, so heißt das Spiel. Oh, Mann. Okay, ich meine, es ist jetzt nicht so viel gewesen, aber wir haben es geschafft. Dankeschön, dass ihr mir alle geholfen habt mit dem Modus und auch Chrissi, Dankeschön fürs Mitmachen. Immer dabei.